halli hallo und herzlich willkommen zurück zu force of nature 2 so wir werden jetzt noch mal rüber in die tiefe welt tiefe welt heißt es ja da wo es so heiß ist dort werden wir jetzt den rest einmal kaputt machen hoffe ich zumindest dass wir es jetzt schaffen und danach werden wir wahrscheinlich herkommen müssen ich weiß ja nicht wo denn da der ausgang ist aber wir werden wahrscheinlich herkommen müssen und dann werden wir wo muss ich jetzt sind tempel tempel und ich vermute dann eine andere rüstung bauen weil es bestimmt wieder kalt werden wird ich habe zwischen den folgen jetzt noch mal ein bisschen obsidian gesammelt deswegen sparen wir uns jetzt den weg das mache ich da lieber zwischen den folgen wir sollten also genug obsidian haben um die obsidian rüstung dann bauen zu können und ich war noch fleißig habe ein bisschen backstein und sowas gemacht und was war das ziegel und diese was man halt so braucht um die um die na sach schnell hier die die tierkäfige abzugraden das habe ich gemacht dass wir das nachher in ruhe machen können oder wenn wir halt raus sind das war so der sinn und zweck der sache was ich noch nicht verstanden habe das ist ein bisschen habe ich eben noch mal kurz geguckt hier gibt es eine sache die noch nicht freigeschaltet ist und ich bin der meinung wir hatten schon zauberwiderstand aber offenbar haben wir es noch nicht ich frage mich jetzt nur was wir noch brauchen weil oder war das das mit wo wir gold für brauchen war das zauberwiderstand ich habe jetzt gar kein aber das war ja goldverarbeitung aber na gut wir werden es erleben so dass wir mal kurz gucken hier waren wir jetzt wir müssen jetzt wir gehen jetzt einfach hier auf der linken seite hoch und dann gucken wir mal wie weit wir kommen würde ich sagen ja so machen wir das mal gucken wer hier noch so um oxidiert und uns fertig machen will ich habe heiltränke und ich habe ausdauertränke mit am start alter wie viele sind das heftig hallo da sterbe ich ja gleich wieder oder ich darf nicht sterben leute ich habe letztens schon irgendwelche sachen verloren ich möchte nichts mehr verlieren ach du großer gott wie krass sind die denn drauf wie viel tränke soll ich denn hier nehmen hallo sonst treffen oder mich ja also das geht ja mal gar nicht ach du scheiße das waren einfach zu viele gerade viel zu viele viel zu viele ich nehme jetzt wieder den hammer so nehme ich einmal das noch mal das hier so habe ich die denn alle ob nicht ich habe die noch nicht alle oder brauchen wir viel mehr tränke leute so oh gott haben wir jetzt alle ja jetzt haben wir hier alle okay alles klar ja gut dann werden wir hier noch mal kurz obsidian mitnehmen natürlich voll reingelaufen logisch ja ich weiß jetzt auch nicht genau wie das jetzt mit dem dunkelzaubertisch und dem hexenmeistertisch ist und da können wir irgendwelche sachen bauen aber ich weiß irgendwie noch nicht so recht was wir da bauen können so wir haben noch einen einen weg und zwar hier unten ich vermute mal da wartet auch wieder extrem viel auf uns aber irgendwo müsste ja auch der der ausgang dann sein denke ich mal wir werden sehen ja ich sollte auch öfter mit mit dem hier arbeiten mit dem kugelsfluch die müsste ich öfter und auch mit qwe und so ne das wäre auch ganz cool eigentlich also q und w auf jeden fall weil ich dann schneller arbeite und schneller agiere aber ich vergesse immer die die sachen zu drücken c also s und d halt s und d kann ich gut nehmen die beiden auch f wäre nicht verkehrt aber ich habe eh immer so wenig mana habe ich etwas vergessen anzuziehen gehen da alles ist doch alles schick hier ne zauberwiderstand zauberwiderstand ach so ich wollte ja ich wollte ja noch das andere amulett bauen das andere zauberwiderstands amulett wollte ich doch bauen das hat doch irgendwie 30 du sollst drücken mann was ist denn mit dir die reagiert überhaupt gar nicht mann scheiße hau ab du sollst laufen oh wie nervig läuft gar nicht gut heute was da los läuft überhaupt nicht gut so ich laufe wieder mitten rein ich bin doch in ruhe mit eurer scheiße hier ehrlich komm schon ist das dein fucking ernst jetzt hier ich fühle mich sehr schwach muss ich ganz ehrlich sagen das läuft überhaupt nicht gut als ob mir irgendwas fehlt habe ich irgendwie eine scheiß waffe oder was ist hier das problem irgendwie habe ich das gefühl dass der streitkolben nicht der richtige ist weil wir viel zu dicht dran sind und ständig irgendwie weiß ich weiß ich nicht ist irgendwie fühlt sich nicht richtig an so ich nehme jetzt also ich habe ja noch die ich mach mal so sieben dann noch mal ein bisschen ausdauer reinballern ich drehe ich drehe mal um ne scheiße das ist nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut die sind auch irgendwie stärker jetzt habe ich das gefühl da gab es ein update oder was kreuzweise könnt ihr mich mal kreuzweise kreuzweise ihr kleinen scheißer kackzauberer du sollst schlagen komm schon komm schon okay boah heftig ich sehe nix ähm ist das spiegel verkehrt? ne ne das sieht anders aus hier puh ja ich habe eh gleich kein mana mehr da könnte ich auch schon wieder ach man und ich habe keine mana tränke und das ist alles arschig so ähm Mist verdammter wenn ich hier nochmal sterbe ne ich habe keinen bock hier nochmal zu sterben einfach den ausgang finden Alter ich drücke auch irgendeine scheiße hier gerade Mann jetzt pack doch mal das gibt es doch gar nicht das kann doch alles nicht wahr sein wieso lief denn das letztens so gut? warum läuft denn das nicht mehr? sind die jetzt wirklich stärker wahrscheinlich? ja triff mich einfach du Arschloch hier mein Hammer wieder ihr könnt mich mal kreuzweise ihr könnt mich mal kreuzweise das ist viel zu langsam viel zu langsam so mana alle oder 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also, weiß ich nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich wirklich... mehr Tränke. Gulasch könnten wir noch essen. Das habe ich ja auch noch gar nicht genommen. Gulasch wäre noch eine geile Nummer. Zusätzlich mit den Heiltränken, weil da haben wir Ausdauer und Leben drinne. Aber das mit den Waffen gerade? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das voll für den Hintern. Und ich brauche mehr Zauberwiderstand. Ah. Alter, jetzt mach doch einfach. Mach doch einfach. Nee, komm, wir müssen laufen. Nee, 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 nee. Bleib stehen. Dürft mir gerne folgen, ihr doofen Zauberer. Ersche. Wenn ich schnell genug bin, geht's ja, ne? Aber das ist halt nicht jedes Mal so. Also irgendwie reagiert sie überhaupt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber die Reaktionsgeschwindigkeit ist echt unterirdisch gerade. Und die laufen ständig weg und sie bewegt sich einfach nicht. Die bewegt sich einfach nicht. Alter. Und die Tränke sind auch gleich wieder alle. Großartig. Oh, dieser Kackausgang. Bitte, bitte. Der muss doch hier bald mal kommen, oder was? Hallo? Bitte? Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Triff doch mal. Was ist denn mit dir? Ey, wir sind so gut gewesen. Und jetzt geht hier gar nichts mehr, oder was? Jetzt nur noch idiotische Scheiße hier, oder was? Mach die jetzt. Hallo? Du sollst sie jetzt platt machen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Überhaupt nicht cool, Leute. Überhaupt gar nicht cool gerade. Ihr müsst es doch ein Update gegeben haben, oder was? Triff. Du sollst treffen, Mann. Joa, gut. Kann ich ja eh gleich wieder zurück. Und dann, äh... Ich hab gedacht, ich schaff jetzt diesen Mist hier einmal fertig. Aber nee. Aber nee. Wohl nicht. Und ich hab halt auch gar keinen Bock zu sterben. Das macht mir jetzt irgendwie noch zusätzlich Druck, muss ich ehrlich sagen. Ähm... Weil ich ja letztes Mal die Schaufel verloren habe. Oh Gott, ey. Ähm... Bleib stehen. Und das hab ich auch... Hab ich noch gar nicht erzählt. Hab ich mir noch eine... Eine neue Schaufel gebaut. Eine Jade-Schaufel. Damit wir wieder eine haben. Hab ich direkt in der Basis gelassen. Aus Angst, dass ich die wieder... Ach nee, hab ich gar nicht. Hab ich hier in die Leiste gepackt. Dann dürfte ich die nicht verlieren. Und so rum. Den einmal hab ich in der Basis gelassen. Ähm... Ja... Das war... Naja. Kack-Zauberer kotzen mich voll an gerade. Ich will die nicht mehr. Kack-Tüten. So. So. Nochmal kurz hier. So, ich lauf kurz weg. Komm her, du blöd Mann. So. Haben wir. Muss einfach schneller sein als die. Ähm... Oh. So. Hat nicht ganz so gut geklappt. Wie weit ist denn das hier noch? Also hier haben wir einen Weg, da haben wir einen Weg. Es hört nicht auf, ne? Ich vermute halt, dass es auch so eine Runde ist. Aber ich kann mich natürlich auch irren. So. Na. Nächster. Muschelfarm ist voll. Ja, super. Infos, die die Welt nicht braucht. Oh Gott! Nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ich hau ab. Lauf. So. Ja, das wird nix. Ich schaff das auch jetzt, diese Runde nicht. Wir müssen mehr, oder ich baue mir doch noch Baklava oder sowas. Ne, nicht Baklava, sondern die Früchtekuchen. Oder ich nehme den Gulasch mit. Aber ich weiß nicht, wenn nachher noch ein Boss kommt. Soll ich doch lieber Früchtekuchen basteln. Dann lieber Gulasch für den Boss oder sowas. I don't know. Ich weiß es nicht. Da ist noch einer. So. Ja, ja, kommt mit. So, hier geht's irgendwie rum. Hallo. Bewegt dich. Also, die bewegt sich einfach nicht, die Alte. Och, das nervt. Das nervt einfach nur. Oh. Boah. So. Ja, neun Tränke noch. Hier geht's jetzt rum. So, okay. Jetzt geht's hier noch lang und da noch lang und noch hier und überall und Kruzifix. Dann auch noch tausend von denen. Ich brauche mehr Zauberwiderstand. So. Diese Eis-Zauber sind richtig scheiße. Ich bin so langsam dann. Oh Gott. Oh Gott. So. Okay, wie sieht's aus hier mit der Karte? Weil hier muss ich ja auch noch hin. Dann geht das da lang und da lang und keine Ahnung. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal hier links rum. Also hier lang. Jetzt will ich nämlich wissen, was da ist. Hier muss irgendwas sein. Hier ist irgendwas. Ja, vor allem sind da Gegner. Wieso? Den sollte treffen. Genau. Oh Mann, oh Mann. Bleib doch mal stehen. Du Kackvieh. So. Okay, hier ist nichts weiter. Alles klar. So, dann haben wir den wenigstens schon mal. Oh, wir müssen eh gleich zurück. Ich habe echt gehofft, wir schaffen das in der Folge. Einmal hier abzuarbeiten. Aber nö. Hm, naja, nun wissen wir ja auch, wie wir gute Heiltränke bauen können. Wie wir gute Aussaubertränke bauen können, wissen wir auch. Ach, fuck. Na? Na komm her. Ja, natürlich triffst du mich. Arschläge. Schnell. Sieben. Ist hier vielleicht ein Ausgang, bitte? Ich hätte gerne einen Ausgang. Aus dieser Hölle. Oh Gott. So. Ich bin gar nicht angespannt. Alles ist gut. Oh ja, du Kackvieh. Kacktyp. Nein. 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 Ich weigere mich. So. Puh. Hier ist Schluss, ne? Ne, hier geht es weiter. Warte, 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 warte. Oh Gott, es ist kein Ende, Leute. Hier ist auch noch ein Scheißdurchgang. Mann. Warum? Mehr. Hasse euch alle. Trifft doch wieder endlich. Oh, diese Eisfiecher, ne? Oh. Blitz ist auch richtig kacke. Ich will auch diese Zauber haben. Vielleicht sollten wir die wirklich bauen, aber irgendwie, glaube ich, kann ich das noch nicht. Und sie mir quasi mit ihren eigenen Kackwaffen schlagen. Diese Arschkacken. Kann sein, dass es hier einmal rumgeht, ne? Hm. Jetzt treffe ich die nicht. Ach, Mensch, ihr könnt mich mal. Mistviecher. So. Könnt ihr euch nicht gegenseitig abschießen? Wäre viel lustiger, finde ich. Wie ich finde. Ich habe nur noch drei Lebenstränke vergisst. Das schaffe mich nicht. Das schaffe ich nicht. Verdammte Kiste. Oh, Gott. Oh, Mann. Jetzt mach halt. Tja, was nehmen wir denn mit? Ich glaube, ich brauche einfach alles. Ich brauche was zu futtern und Tränke. Ich glaube, hier die ganze Liste, die ganze Leiste sollten wir vollballern mit Zeug. Oh. Und hier die Werkzeuge einfach zu Hause lassen, wenn wir hier so eine Sachen machen. Ja, ja, folge mir bitte. Folgen Sie mir bitte. Ich glaube, einfach zickzack. Ich glaube, wir sind hier. Es ist nicht mehr so viel, aber ich glaube, ich hau lieber ab. Ich glaube, ich hau lieber ab. Oh, diese Eisfatzke ist, ne? Oh, Mann. Die macht mich irre. Diese, diese langsame. Ich meine, ja gut, die Zauber sind gut, ne? Ich brauche halt selber sowas. Komm schon. Haben wir den? Oh, mein Gott. Ja, nee. Lauf, 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 lauf. Wir schaffen die gerade nicht. Ich hasse die Eislinge. Oh, Gott. Beweg dich! Ich will hier nicht sterben. Ich will auf keinen Fall sterben. Oh, Gott. 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 Ich schaff's nicht rum, ne? Ich schaff's einfach nicht rum. Es sind zu viele. Nicht genug Mana. Du kannst mich mal. Ich hab noch einen einzigen Trank. Nicht genug Mana. Was kostet das überhaupt? 14. Oh, Gott. Cool. Ich schaff's nicht, Leute. Wir dürfen jetzt nach Hause gehen. Vergiss es. Das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ja, es ärgert mich jetzt. Es ärgert mich wirklich gerade. Aber ich, ähm, das ist mir too risky, muss ich ehrlich sagen. Wir machen, wir müssen halt erst mal Zeug bauen. Ich kann's nicht ändern. Wir brauchen mehr Tränke. Ich mach ja, ich weiß ja, wie gute Qualität funktioniert. Auch beim Ausdauertrank. Da machen wir uns halt noch ein paar mehr Tränke. Ich glaub, das wird teuer. Oh, Gott. Und porte mich jetzt nach Hause, sodass wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. Keine Ahnung, ob wir hier diese, diese Schriftrollen machen sollen. Ob wir da irgendwas machen müssen. Können wir da was bauen? Ich, das ist jetzt auch eine Frage für sich. Weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier, aber was soll ich damit machen, ne? Vielleicht hilft uns das auch irgendwie weiter. Ich mein, hier kann ich nichts machen. Zauberbuch. Da brauchen wir nämlich Gold für, guck mal. Also diese Sachen können wir noch nicht machen, weil wir dafür Gold brauchen. Ein Hexenmeistertisch. Könnten wir wahrscheinlich diese Dinger bauen. Aber guck mal, wie teuer das ist für einen, so ein Kackzauber. Was? Das mach ich nicht, das ist mir zu teuer. Entdeckertisch, lass mal gucken. Haben wir nur noch Goldverarbeitung. Und dann können wir uns hier richtig fette Amulette bauen. Aber, ja, ähm, was ist denn jetzt mit der, mit dem Zauberdingensbumens? Ich verstehe halt nicht, warum ich das hier nicht machen kann. Zauberwiderstand. Hab ich irgendwas übersehen? So beim Schmucktisch, ne? Da würde ich jetzt tatsächlich nochmal sagen, ich nehme mir das Teil. Das bauen wir uns jetzt. Machen wir uns Obsidienscherbe. Machen wir uns den Zauberwiderstands-Ambulett stark. Vielleicht haben wir dann ein bisschen... Bisschen mehr einfach. Dann machen wir uns da eins davon rauf. Was haben wir hier? Angriffsgeschwindigkeit und Schaden. Schaden. Ähm. Ich, ähm. Weiß nicht, welchen von beiden ich dann nehmen soll. Aber wir sollten noch ein bisschen mehr Zauberwiderstand draufpacken. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Das hier, Schadensamulett, wäre natürlich auch eine nice Geschichte. Ich finde. Schadensamulett und Zauberwiderstand. Wäre das vielleicht eine gute Sache? Dass wir einfach mehr Schaden machen? Wir bauen beide. Wir bauen einfach beide in der nächsten Folge. Machen wir uns noch ein paar Tränke und sowas. Und dann, äh, laufen wir den Rest ab. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, bis morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.